Willkommen zurück zu The Walking Dead 2. Ja, wir sind jetzt hier um auf dieser Skihütte angelangt beim letzten Mal und ja, haben wir ja unten, na gut, wir nicht. Das war ja Nick gewesen, der ihn da erschossen hatte. Jetzt müssen wir halt hier hoch auf den Lift, damit wir halt eine bessere Übersicht bekommen und ich hoffe mal, dass da oben nichts Unerwartetes auf uns wartet, sag ich mal. Man soll halt immer ruhig sein in solchen Gebieten, da ja Zombies überall lauern könnten. Enten haben wir eine Brücke. Ich glaube, das war die, wo wir gerade waren. Ansonsten... Hier auf dem Weg ist nichts. Jetzt sind bloß die beiden Teile, wa? Schauen wir mal zur Brücke. Ein Auto? Scheint so, ne? Schnell runter, Clementine, damit wir da bloß nichts verpassen. Oh, nicht wenn sie abrutscht, Stürze. Ah, du hörst doch nicht wirklich was. Mensch, was ich? Listen, alle, einfach nur calm. Wer bist du? Hast du mich gebrochen, aber ich sehnt als ein verdammt? Sieh, alle, calm doch. Hey, Mann, du calm dich schaubern. Sarah, geheimt mir. Also geh uns, wer du bist! Wir sind nicht hier, dass sie noch Boost. Die Brücke auf die Brücke ist! Oh noch, Moment. Whoa, whoa, whoa. Please, just do what he says. Kenny. Wait, you know this guy? Clementine? I'll take that as a yes. These people with you? We can talk inside. Great. I just started dinner. Are you sure you don't mind? It's gonna storm soon. Please, come in. Kenny, yeah! Ein vertrautes Gesicht zu sehen, schön. Der ist echt gealtert, so ein bisschen. Oder sah der schon immer so aus? Gut, das liegt wahrscheinlich daran, es ist halt zwei verschiedene Grafiken. Nee, sind nicht verschiedene, aber ist halt ein bisschen besser hier als im ersten Teil. Kenny und Sarita haben wir mit uns für mehrere Wochen gehalten. Es war natürlich ein Ski-Lodge, also wir haben viel Essen. Und, uh, believe it or not, wir still get some power from that wind turbine out front. Wir tenden zu keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. Aber, nachdem wir found this stuff in storage, wir können nicht resist making an exception. Was ist lustig? Oh, nichts, Walt. Walter hier ist ein smart-sum-bitch. Makes ein mean can of beans, too. Well, warum nicht ihr zwei catch up während ich ein bisschen dinner starte? Please, make yourselves at home. You can leave your things over there. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guests here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny? Will you vouch for these people, Clamp? If you tell me they're good, then I'm good. Us. You were the one waving a gun around, man. We're cool, okay? Hey, hey, we're cool. We're cool. They're cool. Dad, look! A Christmas tree! What now, Sarah? Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. Good. If you'll all follow me, I'll show you where you can sleep. Ach, it's so good, two old friends again to see you. Still wearing this dirty old thing, huh? You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pod. Oh, shit. I didn't mean to... It's just hard not to think about it, you know? I got him killed. What? It was my fault. Oh, darling, don't say that. I know that ain't true. He made a choice. Same as the rest of us. Lee and I had our differences, that's for sure. But when my son... Well, he took care of him. I'll never forget that. I was with Christa and Omid. Omid? Well... Christa and I were together for a while. But these guys caught us. She's gone. Sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. I wish I could have found you sooner. But everything's gonna be fine now. Christa told me you were dead. I am. This is all a dream. Sorry, bad joke. For some reason, I tried to save that fucking shitbird bin. Then it turned into a damn cluster. Couldn't help the kid. But I got out. Long story short, I got lucky. Real lucky. Spent a long time alone after that. It, uh... And then I met Sarita. Thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Nice to meet you, Clementine. Hey, Walt, where's Matthew? You still out there rooting around? Of course he is. Well, I'll start dinner. Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Clem, why don't you help Walt with dinner? Don't help me. Ich hab ein Licht gesehen, das muss erst mal erzählt werden. Clementine, setz dich gut genug? Ja, danke. Excellent. Willst du mir ein bisschen Essen vorbereiten? So, wie wirst du Kenny? Er und Sarita haben eine große Hilfe. Matthew und ich wussten gar nicht, was hier vor Ort we're old friends. I met him after it happened. When he was with Lee? Yeah, he only told us a little. Connecting with people is so important. I don't know what I'd do without Matthew. Gosh, you remind me of my students. I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. Um, everyone underestimates me. I expect you've used that to your advantage. Sometimes. Smart girl. Hmm. Almost done. Would you do me the honor of tasting the first course, madam? What is this? Le Walter's surprise. An autumnal legumesalade with a peach roux. It's peaches and beans. That's all we got. Yeah, come, give her. Striking resemblance. Anyway, I'll take it from here. Ei. Matthew, scheiße. Matthew, war der eine, der erschossen wurde. Ach, du Kacke, da wird's noch Stunt geben. Oh, nein. Da krieg ich richtig Lust, das weiterzuspielen, ne? Uh, da ist Ärger vorprogrammiert, amtlich. Cousin Gerards Concert Oktober 13. 1998. Na, dann leg mal in die Platte. Ich höre nichts. Oder? Doch. Jetzt höre ich was. Ah, spielt bloß einen und das selber, oder? Ey, wir müssen den anderen eigentlich von den Lichtern erzählen, die unten gekommen sind. Das macht mich gerade ein bisschen nervös auch noch. Neben diesen armen Matthew wahrscheinlich, den wir da erschossen haben. ich habe nicht gesehen eine von diesen sind. Was ist das das du singst? Du singst ? Gut King Wenceslas. Es ist mein Schicksal. Clem, wir können ein paar Hilfe nutzen. Hier, Sarah, du gehst das und sieh sie über da. Du kennst ihn vorher. Es ist unglaublich, ihn wieder zu sehen. Als ich ihn kennengelerte... Er ist jetzt so anders. Aber du musst so glücklich sein. Es ist so schön, ihn jetzt zu sehen. Ich glaube, aber er ist so glücklich, dass du dich sehen. Ja. Und ich bin glücklich, dass du mit uns auch mit uns bist. Ich habe Angst, an dem zu Punkt zu kommen, wo alles rauskommt, ne? Oh, Mann. Guck mal, hier noch irgendwo was. Guck mal, ein bisschen... Da liegt noch was, eine Map. Map, die Karte. Da oben sind wir. Es gibt drei oder sogar vier verschiedene Wege, wenn ich das richtig gesehen habe. Da haben wir noch einen Kamin. Den können wir uns angucken. Beziehungsweise auch wärmen. Jawohl. Hey, Matthew, ey. Scheiß, hoffentlich war das nicht der... Eine Ente mit einem Kranz und einem... Santa Claus-Hut. Das ist verrückt. Warum würde sie uns so weit folgen? Wir können nicht sicher sein. Es ist schon eine Woche, Mann. Wir müssen uns aus den Wurzeln. Wir können sicher sein. Sie könnten uns beherrücken. Träcken? Wer denken Sie, sie sind? Ninjas? Clem, Luke sagt, du sahst einige Leute in der Valle. Leute? Wie da da? Wie? Sie hat binoculars, Genius. Ich sah die Licht. Welche sind sie? Woher gehen wir? Nach den Wurzeln. Wir können keine Chance nehmen. Wir bleiben am Morgen. Aber wir sind hier sicher für heute, oder? Clementine, du sprachst mit dem Mann Walter, oder? Was hat er gesagt? Sie haben nichts über uns gesagt, oder? Wir müssen uns beherrücken. Sie könnten etwas schütteln. Er hat jemanden gesagt. Wer? Wer? Sein Freund. Sein Name ist Matthew. Ich bin egal, was das Mann gesagt hat. Wir stehen hier heute Abend. Sie sprechen einfach mit dem Rest. Sie glauben Sie. Sie sehen, was Sie finden können. Ich gehe nach Luke finden. Lieber, ich fühle mich nicht so gut. Bec, was ist falsch? Ich brauche nur etwas, um zu trinken. Du hast es. Ich werde gleich zurück. Die können wir eigentlich auch noch... So, ne? Nach dem Motto. Oh, einen Weihnachtsstern. Zack. Zack. Das glaube ich nicht. Hmm. Immer noch hier zornig. Okay, dann gehe ich halt. Ich wollte eh nochmal da hoch, denn da gab es noch zwei andere Sachen. Außerdem wollte ich mit der alten hier mal reden. Rebecca! Ich habe nur ein bisschen Angst, ich kann nicht selbst selbst nehmen. Wie soll ich ein Kind sein? Ich meine, wie kann jeder jetzt? Alles ist so verabschied. Es wird nicht einfach sein. Ich weiß, es wird schwer sein. Aber gleichzeitig, ich fühle mich schon ein bisschen weniger Angst. Denn ich weiß, dass ich nicht egal, was passiert, ich werde zu treffen, jemanden zu treffen. Sie ist kichert. Willst du hören? Nein, das ist nicht. Ihr Essen schmeckt gut, oder? Es ist okay. Nein, danke. Es ist okay. Es ist wunderschön, nicht wahr? Es ist nicht sein. Was? Es ist mein Mann. Du bist okay, Baby? Ich bin okay, du big Dope. Ich muss nur ein bisschen Essen in dir nehmen. Danke für dich mit ihr, Clem. Also, alle, Essen ist gesessen. Komm, wir essen. Das ist okay, man. Ja, ich... Ich... Ich wünsche, ich hätte das Trigger gemacht. Ich versuche, Sie vergessen. Es ist nicht gut, Clem. Es ist ein besonderes Leben. Ich gehe zu Kenny. Kenny! Kenny, guter Mann. Ich liebe ihn. Er ist ein guter Mann. Würdest du ihn mit deinem Leben vertraust? Ich denke so. Das Mann, Big Al? Er sagte, sie waren auf der Runde. Ein paar Leute hinter ihnen. Du musst nicht mehr über das. Sie kommen morgen, und du kannst hier bleiben. Absolut. Honey, du bleiben mit uns so lange wie du willst. Sie bleibt für gut. Wenn das, was sie will... Natürlich, sie will. Right, Clem? Dann lassen wir das mal laufen. Hey, there. Hey. Hope you like the food. Oh, it's... it's great. Thank you. Beaches and beans. Great for nutrition. Not too great on the way out, though, I tell you. Hehehehehehehehehehe. So, it's Luke... and Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? Indeed. I'm just saying you look like good friends, that's all. So, what was your plan here? So, what was your plan here? Hold out for the winter? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? Wellington? What the hell is that? A place. What kind of place? A good one, Einstein. Yeah. It's in the north. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land, and cold-ass winter so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. Huh? Excuse me? You heard me. Luke, listen to him. I have been, but... Kenny's my friend. Gentleman, please. There's no need for this. Now, look. We've all had a long day. Please eat. Pass me that can, Duck. Duck? Who's Duck? Kenny? Hey, Clementine. Would you lend me a hand outside for a moment? Tja, Duck, ne? Der Arme. Ah, I'm sorry about that. You know, I used to be a teacher. And I remember what it's like to be caught in the middle of two clicks. I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time, but that's just how these things work. Everything will be fine. Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. You get your hands dirty, and you grease the wheels. What do you say? Will you help me work on them? We're gonna leave in the morning. No, no, you gotta stay. We have to keep moving. Clementine, in this world, you don't have to do anything. They say the world is over, but I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other. To empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck. Ich komme gar nicht zum Reden, weil das geht gerade übelst um meinen Kopf. und dann so BÄÄM. Alleine bloß halt wieder, wen kenne ich hier? Wen halt Duck, ne? Das war ja der Sohn aus dem ersten Teil. Ja. Ähm, jetzt habe ich leider nicht richtig zugehört. Was ist das Problem, Clementine? Ist es etwas, was du mir sagen willst? Oh, are we to have both? You can talk to me, Claire. There's always nothing you can tell me that would surprise me. I can promise you that. I'm just worried about the people chasing us. You're safe now. Don't worry. Matthew will be back soon. And everything will be fine. Hey, kids. What are you two talking about? Oh, politics? The hell? Well, being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage of living in the apartment. Apocalypse is not dealing with that shit no more. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Miss? Miss? Please. Do you have any food? Are you okay? I saw the house and... I have a family. We're starving. We live down there. Uh, of course. Why don't you come in, Miss... Bonnie. Walt, I don't know. You're just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? Check her for weapons. Yeah. Thank you. Really, but that storm will be on us soon, and I gotta get back to my family. I'll bring something out to you, then. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put. I'll be right back. I have a little girl like you. How old are you, sweetie? None of your business. I'm sorry. I didn't mean nothing by it, hon. Here you are, miss. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Clem, go on inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. Clementine, don't freak out. Listen. Okay, I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walter's friend. Oh, what's he still? See, I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. Now they're all worried he's not back yet. Where's Nick? I don't know. I don't think Walter knows yet. So we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out. What if he finds out anyway? Well, then we're fucked. But, you know, we'll just... We'll just deal with it then. Now, do you, uh, you still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay, well, go get rid of it. I'll find Walter and run interference. Oh, and, uh, keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? No. Oh, uh, there's nothing, man. I just wanted to check and see if you're okay. We have to tell you something. Hey, if there's something going on, I want to know. No, just go back to bed, Nick. Oh, Jesus. Oh, God. God damn it. Hey, Nick, shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it? It's over. I have to tell him, Luke. What? No, you can't. Hey, Nick, you cannot do that. Are you fucking nuts? I got to. I can't live with that on me. Okay, I hear you, but fuck, I mean, fuck, man. Do you know what he's going to do? You should tell him. Yeah, yeah. Nick, I'm warning you. This is fucking suicide. I'll live with it. Jesus Christ. Jesus. I can't handle this. Look, Clem, just go do that thing. Alright. Ich komme gar nicht dazu, jetzt irgendwas zu machen. Oh, nein. So, jetzt sind wir kurz Pause. Hier wird jetzt wieder eine Sequenz kommen. Ich bin jetzt schon bei 30 Minuten. Ich muss jetzt erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Walking Dead Season 2 wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut da rein. Ciao. 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 Vielen Dank.